Eingang und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas draußen der Skylands am Start und das wäre keine Runde Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Hiiii Und letztens, was war letztens eigentlich, letztens haben wir herausgefunden, dass es zwei Wege gibt. Wir haben mit Naruto Obito eine in die Fresse gehauen und herausgefunden, dass es Obito ist. Und mit Sasuke haben wir jetzt den Grund herausgefunden, was ein Dorf bedeutet oder was ein Ninja bedeutet. Und jetzt werden wir an den beiden dran knüpfen. Wow, steigen wir direkt ordentlich ein oder was? Eine andere Seite der Geschichte. Im Story-Modus kannst du zusätzliche Nebengeschichten und Episoden erleben. Nebengeschichten haben keine Auswirkungen auf den Abschluss des eigentlichen Kapitels. Also spiele sie, wann immer du Lust hast. Das war's. Bitte nimm dir die Zeit, alle Nebengeschichten abzuschließen, damit du die Story noch intensiver genießen kannst. Das machen wir freilie. Äh, zwei unvergleichliche Krieger haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und, ähm... Ne, zwei unvergleichliche Krieger sind wir die ganze Zeit. Der Vater-Trennung, das sollte ich sagen. Und, ähm... Könnten wir jetzt entweder bei Naruto weitermachen. Und, ähm... Na, mal gucken, ne? Was machen wir denn? Machen wir erst Sasuke, machen wir erst Naruto. Sasuke sind wir ein bisschen weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz die Nebengeschichte von Sasuke noch hier. Diesen Pfad hier. Träume und Koexistenz. Der Pfad der Trennung. Der Pfad der Trennung. Der Pfad der Trennung. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das war eigentlich schon ein geiler Boss gewesen für Panora aber dann hat er ein bisschen Blödsinn gemacht dieser Juni verrückte Mono was ist los ey was ist los was ist los Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. ich jetzt auch also um anscheinend ist nur noch keine Nebengeschichten okay weiß Bescheid Prozent ich sage ich bin jetzt Knaben im Krieg A Machen wir mal weiter Machen wir mal weiter Der Kuss ist der 3. Rundfunkgerät. Der Kuss ist der Kuss. Der Kuss ist der Kuss. Der Kuss ist der Kuss. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017